Die Europäische Green Deal ist Europa's neue Verwaltungsstrategie. Wir wollen die digitalen Transformation, die unsere Wirtschaft zu erzeugen. Und wir wollen europäische Lösungen in der digitalen Welt finden. Wir werden jeden verfügbaren Euro geben. Auf jede erdenkliche Weise nutzen, um Leben zu retten, die Lebensgrundlagen der Europäerinnen und Europäer zu schützen. In the space of just a few hours, we have collectively pledged 7.4 billion euros for vaccines, diagnostics and treatments. And all this money will help kickstart unprecedented global cooperation. This is Europe's moment. This is why the Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euros. A.I.P. 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 Untertitelung des ZDF, 2020